heute was geht ab leute ich hole erstmal die oder den durchbruch ab kein stern bekommen und wir wollen ein 100er vogel sehen ich weiß nicht ob das ein 100er ist sage ich euch gleich als erster ball keine berge großartig drin geblieben es ist kein 100er naja auf jeden fall gehe ich jetzt natürlich was auch sonst zu einer manky quest hier direkt bei mir unten die straße entlang und dann treffe ich mich mit dem kollegen von instagram mit dem habe ich schon wieder ein glückstausch und dann holen wir uns schild und schwert das oder plan und manky quest natürlich ein sehr schönes band gemälde sage ich mal ist kein stopp ist vielleicht zellentechnisch kein stopp deswegen und vielleicht den ingress weiß ich nicht würde ich rein theoretisch jetzt ein einreichen aber das ist eine andere sache getauscht mit dem kollegen check ihn ab auf instagram link ist um der beschreibung 96er schwalbini scheine bekommen und er dafür eins meiner vielen regi eis ok netter tausch ein neuer für die sammlung und einer den ich noch nicht hatte und ich muss jetzt hier rüber zu dem manky und dann holen wir uns das spiel manky check leute manky check heute sind wieder relativ viele unterwegs ich habe gerade einen saftigen glückstausch bekommen also nicht geplanter glückstausch glücks pokémon aus dem normalen tausch 98 erscheinungs da ja ich auch noch den hunderter gebe ich mich jetzt mit einem lucky 98 zufrieden ja nein ich habe auch ein klick lucky 98 jage ich da noch den hunderter muss ich mir noch überlegen weil ich weiß es echt nicht was sagt ihr dazu leute weiter versuchen oder erstmal zufrieden sein mit 98 lag und dann auf andere sachen konzentrieren oder hundert oder nichts das spiel leute ihr wolltet schwert deswegen nämlich schwert ich persönlich hätte schild genommen und vergesse nicht ostwind beste man müsste gehen raus check das aus dem video ab und jetzt können wir uns das spiel leute noch eine neue dose habe mir etwas beim netto eine kleinigkeit zu essen geholt habe ich die dose gesehen entweder ist sie so alt dass die anderen lehnen die nicht mehr haben weil ich bin nicht im nicht mehr auf dem aktuellsten stand kann durchaus sein ich habe dadurch diese eine dose verpasst und die hatten die noch resten oder sowas oder habe ich einfach nicht wie gesagt ich bin nicht mehr so in der szene aber wenn ich eine neue dose sehe die ich noch nicht habe kann ich mir immer noch aber es gibt so viele online in anderen ländern und es gibt regionale das wüsste gar nicht es gibt regionale dosen da bin ich schon lange nicht mehr ab zu date aber wie gesagt wenn ich im laden irgendwo noch eine serie die ich noch nicht habe die wird sich noch gegönnt so kliff besiegt und endlich mit der spezialforschung ein bisschen weiter ich bin da wo man die bosse besiegen muss sprich einer stein sprich muss nur noch aber wer ist dann noch mal alo und cero besiegen habe jetzt noch eine runde gedreht für geschenke muss da vorne schnell ein der schenke läuft sagte ich es ist sogar nicht mal mein erstes schein heute habe ein shiny maguita geklickt auf jeden fall da vorne ist ein alola kokowai nehme ich schnell mit weil ich habe zwei pässe über und sonst war nirgendwo irgendwas interessantes und dass der agenda die habe ich noch nicht oft geäugt woge ich gefangen in der letzten minute der rate noch geschafft agenda punkte werden sich gönnt nicht shiny und nicht 100 schade so das war's leute ich schneide jetzt das video und lad das noch hoch und bin dann wahrscheinlich vielleicht live damit kann ich aber noch nicht garantieren dass man was essen vielleicht auch einfach ohne dass ich einfach vorbei vielleicht bin ich live würde mich freuen ansonsten ihr wisst bescheid immer leiten subscribe kommentieren check die anna wie es so ab folgt mir auf instagram facebook twitter check die shop ab vergesst nicht pokémon ist dieses business